Und nach dieser Beziehung kannst du ihn nicht führen. Du hast ein richtiger Beziehungskiller. Kein Separetsimmer. Und mit 5 Stunden pro Monat willst du eine Beziehung pflegen? Nein, es ist eine Katastrophe. Er ist bei weitem der beste Aussehende meiner Freunde. Die Gescheiten sind daheim. Die müssen am Telefon setzen. Das ist sehr schön. Das ist meine einzige Freundschaft, die ich hier habe, die richtige Freundschaft ist. Die mir die Zeit verplämpeln, wortwörtlich. Also, die ich vom Gefängnis abschalten kann. Das ist die Fernseher und die Computer. Das ist die einzige Sache, die du sagen kannst. Die Motten sind meine wahre Freunde. Weil du den Leuten hier drin manchmal nicht trauen kannst. Sie reden von dir so schön, oder? Und nachher drüber kommen, dass ich schlechter rede über dich. Und die Fernseher und die Computer machen das nicht. Ja. Und du kannst wissen, was da aussen passiert, überall. Tja. Du kannst gleich miterleben, was im Leben läuft. Ich finde dich schön, aber ich bin nicht einfach süchtig auf die anderen. Du bist zum Basta. Alle Händys gratis. Sogar das Neues sind mit Händys, so wie Ericsson immer was. Aber nur kurze Zeit. Wie heisst du schön? Wie letztes Mal im Gericht sagte, wir wollen uns wieder integrieren, bevor wir rauskommen. Aber bis jetzt haben wir nichts gesehen. Wir sitzen hier drin, die ganze Zeit immer noch. Und aber auch keinen Kontakt mit der Aussenwelt. Also erstens über Freunde und Verwandtschaft. Ja. Ja. Minerva. Ich weiß, wie ein Mann spricht, wie er spricht. Ich weiß, was ein Mann macht, wie er macht. Wie er macht. Das ist das, was ich an, um jemanden zu callen. Ein Mann, wie ein Mann. Ein Mann, der sich festzuhalten in der Lage ist. Whatever kommt der Weg. Was er macht. Das ist alles vollständig. Das war's. Ich nehme dich. Was ich, wenn man einen Berg, das ist auf dem Boden, der Luft kommt. Und ein Tag, der Luft kommt. Der Luft kommt. Der Luft ist wirklich schwer. Und es regnet sich an dieser Luft. Aber der Luft ist nicht mehr. Das ist mein perfekte Beispiel. Wenn ich mich in einem Mann, etwas, was eine Situation kommt. Was, was kommt. Was, was dein Leben, was, was du in einem Endesignal, was, was du in einem Inesignal, was, was du in einem Ende. Du stand firm als Mann. Du hältst deine Familie. Du bist da, um dein Kind zu sein und zu sein. Du bist da, um dein Kind zu sein und zu sein. Du bist da, um dein Kind zu sein und zu sein. Du bist da, um dein Kind zu sein und zu sein. Wenn dein Kind zu 60 oder 70 Jahren wird, kann sie sich auf dich sehen und sagen, Ich bin glücklich, dass ich mich mit dir sharete. Ich bin glücklich, dass ich diese Zeit mit dir weil ich mein Leben mit dir habe. Die ganze Historie meines Gefängnisses ist in Polen. Das ist ein Foto von meiner Tochter. Die ist auch ein Spezialdatum von mir. Die ist das Datum von meiner Tochter geboren. Die ist lustig. Und hier ist ein Indianer. Schwere Leben. Eine weiße Person. Meine Tattoo alles ist. Alles ist Wiking. Indianer. Gleich. Gleiches Thema. Ich liebe Tattoo. Aber ich muss noch eine Tattoo machen. Richtig, noch eine Tattoo. Meine Sohn. Der Platz ist von meiner Zahn. Zum Beispiel im Gefängnis. Jetzt. Es ist nicht möglich, ich trage ein Foto. Und ich zeige meine Hände, das ist meine Tochter. Ich muss schnell zurück. Zu ihr. Zu ihr. Kommt. Und ich. Ich. Diese Zeit. Ich. Ich. Denke. Ich muss zurück. Ja. Ich muss ruhig bleiben. Das bedeutet diese Tattoo. Dieses bedeutet. Mein Herz. Das bedeutet das. Das bedeutet das bedeutet das. Oh mein'am. Ich bin dran. Das bedeutet das. Das bedeutet 3, 2, 3, 2, 3. Es ist das nicht etwas.